ein teil habe ich gesehen aber habe gar nichts gedacht das ist wahrscheinlich auch besser so ja das stimmt wenn er ja man man sieht ja erst wenn man den teil den man den man was egal wetterbedingungen ja nicht ich weiß lieber trocken ich weiß lieber trocken aber hier regnet bleibt so also das ist also der der normale angriff spot ist ein bisschen langweilig da greifen irgendwie alle an deswegen mache ich jetzt mal von der anderen seite sich hier ist der nachteil der große nachteil dass er zwei türme hat und nicht nur das tor ich habe gerade was im zahn also nicht im zahn sondern an der seite gut die version nummer zwei wäre hier den ganzen weg nach vorne das erspare ich euch mal gut ich hier ist zwar der nachteil dass er türme hat aber der vorteil ist dass die relativ nah zusammen sind das heißt ich kann die komplette breite angreifen und hier unter nicken und versuchen die zu erobern das werde ich auf jeden fall du das ist das einzige vernünftige so ungefähr so die zwei wenn hier sein und versuchen die einzunehmen nein die zwei versuchen ihn einzunehmen und die vier versuchen das tor einzunehmen hier werden wahrscheinlich auch noch so katapulte und so ein schmorder drin sein ist ein bisschen unpraktisch aber so ist das gut der passt noch da rein und er hat zum glück keine katapulte und so das ist gut der sagt er kann schriftbereit und willig das ist auch gut ja hey flo wenn wir dann die challenge in einem display together spielen wer spielt dann wer spielt dann spielt sparta der andere athen oder massilia ja wie gesagt also ja mit dem display together da müssen wir schauen wann wann wir überhaupt die zeit auf uns zu finden also auf jeden fall nur damit du nicht zu viel hoffnungen hast ich weiß nicht ob jetzt noch dieses mal schaffen oder dieses jahr genau und ja also wenn du sparta spielen willst dann spiel sparta ich spiele nicht mehr sparta das ist zu langweilig genau aber ich werde auf jeden fall wir können auch ja das ist das schauen wir dann gibt es ja ja und gibt ja auch noch andere helenen fraktionen ja ja ich meine ich habe ja jetzt neulich erst die sparta kampagne fertig gespielt das ist hier zum zum beispiel unpraktisch dass hier seine männer drin sind ja genau und jetzt noch die sparta challenge so jetzt bitte mit brandpfeilen und schnell schießen das ist sehr eigenwillig aber und das ist auch lustig dass sie die die bleiben hier stehen und die leiter schon ganz vorne so ihr kreift sofort an ist die leiter auch schon da ja ja noch nicht ganz okay ihr geht mal hier ihr geht hier runter hier geht auch wobei ja unten kämpft sich bei den spartanern besser was die auch immer da machen greift mal hier an bevor ihr bevor da meine männer sind okay der macht sich hier schon bereit okay der der will da nicht dann warte ich noch ein bisschen okay ich hoffe ich bekomme das noch jetzt nicht mehr schießen okay ich gehe hier hin die gehen dahin die gehen hier runter die gehen dahin die gehen auch dahin hier warte ich mal bis bis ja wir das tor erobert haben runter und du bitte auch runter okay das das ist schon mal sehr gut hier greift hier an wir versuchen mal hier runter zu kommen wobei er greift einfach an so das sieht doch schon mal gut aus hier greift mal das ist zu viel freundlich feier hier wir haben ein so ein das ist zu viel freundlich feier wir haben ein turm angenommen das ist wunderbar sehr gut du gehst hier hin du gehst hier runter ein bisschen druck machen und dann geht das schon aber ihr geht hier hin ja aber bitte nicht meine männer er hat sogar artillerie aber halt auf die falsche seite gestellt gut tut mir ja ein bisschen leid die die haben jetzt auf ihr schaden genommen ohne irgendwas zu machen unser general wird angegriffen ja das ist keiner die festen verbinden dürfen gespielt werden und sparten halt wir haben einen turm angenommen er hätte doch nichts mehr mit der challenge zu tun oder wollt ihr nochmal die challenge spielen das ist doch langweilig wir würden zusammen die challenge spielen also dachte ich aber warum er spielt sie doch schon gerade er würde eine andere funktion spielen welche kann er spielen naja egal wo die turmieren aber die challenge spielen will oder nicht wenn ich sparte spielen spielt er massilie athen oder wenn er das anspringende seger hat pergamon so dann müssen wir jetzt hierhin stapfen weil da wartet der general auf uns ja der tolle so ich wusste auch nicht dass du die challenge noch mal spielen wolltest aber naja ist ja wurscht hatte einer bleibt hier damit das tor geöffnet wird wir haben die tore eingenommen juhu alles gut er ist ja jetzt auch vorbei hatte ja zeit auf sandy zu schauen ja wenn wir die challenge kann er nur die spielen aber das ist ja seine ob er das will ja 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 wie gesagt machen wir machen wir einfach spontan ich sag noch nicht zu weil ich eben noch nicht weiß wie wer ist das denn so wie es mit der zeit aussieht aber vielleicht eines tages ich weiß nicht also an sich also wenn wir die challenge also ich denke gerade nur laut wenn wir die challenge noch mal machen müssen wir irgendwas machen dass es schwer wird weil zusammen also ich meine allein ist es schon so als ist anspruchsvoll aber schwer ist es auch nicht wirklich und als hier hier ist der hauptplatz und wir müssen halt schauen dass ja weil zu zweit ist ist rome total war 2 echt einfach wenn können wir es da gegeneinander spielen aber ich weiß nicht ob du so ja das magst er singt wieder nein ich durfte heute beim a2 stunden warten in der schlange stehen und sitzen und mein artes für eine erkältung zu bekommen und da wurde noch ein corona test gemacht hat alles nur für die 5 minuten maximal aber musste halt locker zwei stunden warten also musst du wirklich ein corona test machen da war 70 bis 80 leute oder aus irgendeinen anderen grund in den test machen wir halten mit drei leuten drin lol massilia ohne kavallerie nicht anspruchsvoll äh ja massilia hat nicht so die die bomben kavallerie also oh ne tschuldigung da ist der hauptplatz oh man ja und ich könnte auch mal vorspringen ja ich habe ihn gefunden 70 bis 80 ist echt heavy viel ne das ist echt krass ähm da gab es nummern und ich war die nummer 60 bei welchem arzt warst du denn äh wenn wir gegeneinander spielen brauchen wir uns nicht über den sieger unterhalten naja ja eigentlich nicht oh 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 stopp 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 was er hat ah was er hat noch was wo war 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 seine flotte ach krass wo so in das ja das hat mich jetzt echt überrascht so bitte schnell den general töten so und ihr so schnell wie möglich äh raum vielleicht äh warte hier geht mal hier oben rum hier geht mal hier rum das ist jetzt echt ein bisschen bitter und die der legionär ist halt auch nicht von schritten schlechten eltern hier und hier sind auch noch welche hä das überrascht mich doch etwas und mein vorteil hier ist halt dass ich seine ähm dass ich seine äh formation aufgebrochen habe aber ja er macht halt also er macht euch extrem viel schaden und hier wurde ich jetzt auch gefangen da eine fernkämpfeinhalb hier hin und bitte piken anmachen warte ähm so so bitte ihr auch palanx an und den einfach rüber rennen hier und hier bitte da vorbei da vorbei da ok hier durchdrücken hier rein zu befehl ok dann sind die tot der general kann das äh zum glück aushalten es ist ein spartanischer general also äh andere generelle hätten da richtig viele probleme äh einfach durch die feinde durch zu pushen äh was was macht der da so ok der general ist tot ok die bogenschützen bitte hier reinschießen die bitte ich hier hin aber nicht nicht vorher wir wollen ja uns so nicht irgendwie irgendwie irgendwas mit uns zu machen aber wie sieht es da aus ok äh ja was auch immer die machen ah die wollen hier angreifen ok 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 du kannst die angreifen und unser feind hat einen siegpunkt verloren ok hier angreifen und ihr macht jetzt auch hier druck krass das habe ich jetzt echt nicht erwartet dass die der noch eine kleine armee hat interessant äh hast du wieder zehn sekunden die schlacht wendet sich zu unseren gunsten äh äh wenn wir überall spielen oh da 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 so äh 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 ähm wir können uns äh wir können was wir können wir können wir können was eine Sperre sagen ein oh warte ich lese nach der Schlacht einfach mal äh äh das was hier schreibt ok 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 das hat irgendwie dazu geführt dass er jetzt fliegt äh er hat irgendwo noch was war das äh eine unserer einheiten hat ihre gesamte munition verbraucht aber da bin ich jetzt ein bisschen zu faul um das herauszufinden ich äh erober einfach alle siegpunkte und dann war es das vielleicht ist das ja die letzte einheit ne das ist nicht ah in acht sekunden habe ich eh gewonnen weil ich ja äh den hauptplatz eingenommen habe äh gut dass wir dich nicht ablenken Tobi äh wenn man eine neue Fraktion kennenlernt die nicht hellenisch ist muss man gleich erklären hm ja könnte man machen oder äh wenn wir gegeneinander spielen können wir es auch so machen dass wir ähm ähm dass wir alle dass wir alle games also alle gefechte automatisch führen ich erwarte eure befehle aber das wiederum wäre ein bisschen langweilig zum für let's plays ja naja vielleicht machen wir irgendwas anderes für den vielleicht machen wir gar nichts davon mal schauen was wir machen mal schauen was wir machen so öffentliche Ordnung und wir brauchen ähm ähm ja das brauchen wir nicht äh ja nahrung äh äh dich hab ich gemacht dich hab ich gemacht dich hab ich äh gemacht du kannst hier ein bisschen was machen äh äh das ist schon mal gut du wurdest befördert gestrollene Nahrung so so hier schon 57 uiuiui also viel wird sie nicht mehr machen warte noch eine runde und dann kannst du meine einheiten unterstützen so kommst kommst kommandant so ach da habe ich noch gar keine äh da habe ich noch gar keine äh 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 gar nicht so das ist ja unpraktisch so okay der geht zurück war klar okay der hat hier ziemlich was umgebaut das ist ein bisschen nervig das heißt wahrscheinlich hat er geplündert alles zerstört hättet ihr nicht etwas Gold für mein Volk übrig ihr nee nee mhm zwar hätte ich ja so den Römer auch nochmal weiter ähm und ich mach ja ich mach mal Schutz da ist immer die Gefahr wenn man irgendeine rote Einheit äh dabei hat und automatisch kämpft dass der einfach Spahn macht und die einfach äh 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 töten lässt oder halt ja ihr wisst schon ähm so ähm ich find's ein bisschen komisch weil ich weiß dass am Anfang äh am Anfang war die ähm waren die Einheiten auf ähm zwei pro Armee getrosselt aber anscheinend äh jetzt nicht mehr vielleicht wurden die ja ein bisschen gebalanced oder so gut du könntest eigentlich gleich weitermachen hier habe ich noch gar nichts gemacht ich äh ich blöder ähm genau hier hat er komplett alles abgerissen du hast äh du hast äh was bekommen er bekommt auch was hier muss ich auch ein bisschen warten vier Runden äh ein bisschen heftig okay du kannst nächste Runde drei Runden drei Runden ja hier habe ich ja wirklich äh 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 viel Verstärkungsrate das ist ganz gut ich schreibe einfach wieder eine halbe Bachelor Arbeit mit Challenge Addons und schick dir die über Insta ja das sind also von der ja ich bin mal gespannt ob du ähm ähm äh studieren wirst und dann wirst du so merken so uh mit Bachelor hat das reichlich wenig zu tun das ist so 0,1% von dem aber ok ähm ähm äh was machen wir hier hier können ja Nahrung wir haben nur noch 12 Nahrungen das ist ein bisschen äh wenig wir gehen mal hier hin die hat sowieso wieder positive öffentliche Ordnung er hat uuuh wieder eine Fullstackarmee das war die da oben oder? ja glaub schon ich will mal ok so sieht die aus der hat schon Legionäre aber ja paar Veterans Legionäre aber der der hat echt nicht gute Einheiten die Sozi sind auch nicht so und warum hat er seltener Schwertkämpfer und der hat hier einen Mob drin was ist denn los bei dem? spiele ich auf leicht? Entschuldigung ähhhh das ist echt überraschend ok ich ich nehme mal ja doch das geht schon ok das ist zwar jetzt mega negativ aber das wird dann später schon werden ok hier warte ich eine Runde entweder greift er an oder ich graf ihn an oder ich graf ihn an oder ich graf ihn an wie es ist